Moin Moin und damit Willkommen zur neuen Folge. Ja hier voll der Feuchtemaster hier, der durchschnaufricht der Kobi schon da. Ermann, Ermann gibt es hier einen Kampf um die Chefs Position hier. Chefring. Tja, kriegst du nichts mehr. Da musst du früher auf der Ausstieg. So. Warte mal, unser Tom hat was geschoben? Genau, wegen dem Replay. Ich weiß, was mir gerade mal so einfällt. Der Tom, der ist ja gerade im Chat drin. Und zwar, ich suche nach einer Matrix für den C2, die auch Sonderzeichen schildert, wie SB und sowas. Das macht die aktuelle Standard-Matrix von dem ja gar nicht. So. Vielleicht kennt ja irgendwer eine, die das kann. Tja, gute Idee. Weil dieses nicht Sonderzeichen schildern können, das geht mir so auf den Zeiger. Ja. Das hast du mich vorher rausgebracht. Boah, ey, wirklich Leute. Ich bin wieder so richtig schön. So richtig schön. Wo ist er, wo ist er? Ich muss ihn laufen lassen. Ich muss ihn laufen lassen. Lost-Alert. Egal. Boah. Justin, du bist schon eine Granat, ey. Ja, wieso? Nur weil mir das mit dem nicht Sonderzeichen schildern auf den Sack geht. Ich kann das nicht ab, ey. Ich finde das schlimm. Boah, ich habe da keinen Trend, die das könnte. Das Einzige, was ich kenne, ist das... Ja, wir warten mal den Adventskalender ab. Von der Webdisk. Genau. Ne, soweit ich so voll viele Busse gesehen habe bei Facebook, in den Onsie-Gruppen, den gleichen, den wir auch fahren, der konnte alle diese Sonderzeichen schildern. Auch dieses SP. Ist richtig geil. So, wie ich es von hier konkret kenne. Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Äh, das ist ja typisch. Okay. Ja, ich bin aber mal gespannt. Also wie gesagt, ich lasse mich da gerne überraschen. Aber auf jeden Fall bei dem Onsie 2 und bei dem PTP-Advance mache ich mal mit wieder. Und fängt das überhaupt an? Weißt du da schon was? 1. Dezember. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt. So, auf jeden Fall will ich heute noch Städte-Dreieck fahren. Das steht nämlich heute auch noch auf der Liste. Ne, 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 ne. Du willst heute noch Hubertar fahren. Hubertar? Das ist 649 Einstunde. Komm Junge, schalt hoch. Yalla. Ich wäre noch, ich wäre noch endlich mal froh, dass irgendwie erwarte ich da nichts mehr hin. Okay. Warum? So, so schlecht geworden? Letztes Jahr war ja gar nicht so schlecht, ne. Also, mit dem Buspack. Da waren einige Busse drin, ne. Okay. Von den Wiener Linien in MAN. Äh, Zitaro, KÜ. Die C2s. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sag mal so, ich will hauptsächlich noch bei Stadtverkehr noch fahren, dass ich mein Konto noch ein bisschen füllen kann, weil äh, dann kann ich nämlich dann wieder was auf unseren Betriebskunde überweisen. Ich bin der, ich bin der, ich bin der inoffizielle Spender. Ja, und du laufst direkt vor meinem Bus. Mein Bus ist schon rot. Kann ich roter werden? Ja. Was denn mit dir? Also, ich bin mal richtig gespannt, Tom. Wie gesagt, ich bin richtig gespannt. Zwei Minuten haben wir noch. Abfahrt. Ja. 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 Da zieht sich immer schon die Wetterdaten von mir. Äh, schon Depression. Das wird morgen lustig, wenn ich am Fliegen bin, ey. Also morgen kann der böse auf die Schnauze, äh, böse auf die Schnauze fliegen mal sehen, ey. Ja. Alter, die Busse, ich hab Bilder gesehen von den Bussen. Ja. Ähm, die da jetzt jetzt ja noch kommen. Die sehen so eigentlich gar nicht schlecht aus. Alter, da bin ich auch echt mal gespannt. Ja. Boah, ja, das Rollen über den... Ich finde es jetzt so, das Rollen. Boah, das... Da muss ich in der Sounddatei jetzt mich runterschrauben. Ja, das stimmt, das stimmt. Das macht mich so nervlich fertig. Das stimmt. Also der hat... So ein Echo hast du drin, ne? Ich hör's nämlich auch grad. Ja, so... Wie als du in der Halle bist. Ah. Hat der bei mir manchmal auch. Das ist ganz bodenlos. Und deswegen hab ich... Deswegen hab ich auch dieses Halleffekt immer ausgeschalten. Ich find das im Tunnel eigentlich ganz geil. Naja, das mit dem... Mit dem Tunnel, das haben wir ja letztes... Das haben wir ja letztes Mal schon mitbekommen, ne? Bei Train Simulator. Manchmal ja, aber wenn man kurz Pause drückst... Ist das behoben? Ah, okay. Ja, was war denn da bei Train Simulator? Also... Ah, er hat durch den Tunnel gefahren und hier hat er direkt mal fett gehornt. Geil. Und das mit einer... Und das mit dem Personal, äh... Mit dem EC. 100... Äh... Die Baureihe 101, ne? Und da voll... Puuuut. Gib ihm. Das wird man auch am Donnerstag machen. Am Donnerstag... Von Donnerstag auf Freitagnacht machen... Äh... Der Lukas und ich, äh... Eine Nachtschicht. Und... Das Schöne ist, wenn du jetzt zum Beispiel am Streamen bist, ja? Justin... Auch Rumsgefährst. Kann ich dein Bild... ...über der... ...über einer Croser Quelle oben rechts mit einfügen. Ja... Ego OBS. Das wäre halt nicht schlecht. Aber OBS macht bei mir im Moment so Ärger. Kann das Stream Deck nicht mehr damit verbinden. Ah, das ist mir... Oh, 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 oh. Ich hab nur noch hier dieses, äh... Stream Deck, äh, da drinnen, was du nochmal runterladen kannst im Stream. Okay. Aber... Das nutze ich ja nicht. Ich nutze ja OBS so. Und ich verstehe nicht warum, äh... Die... Elgato Stream Deck Software OBS nicht mehr erkennt. Und ich krieg's auch nicht mehr da rein. Das ist... Bodenlos. So gesehen ist mein Stream Deck jetzt unbrauchbar. Ah, verdammt. Der ist natürlich nicht so gut. Ne, ist es auch nicht. Und das erlaubt mich halt auch mega. Ich hab mittlerweile mit Streaming aufgehört. Da hat man noch, äh... Ja gut, ich mach immer... Also wie gesagt, ich... Ich bleib erst mal so. Mir macht's so Spaß, wie ich hab. Schön effizient. Effizient. Alter. Ey, habt ihr echt was am Rad, ey. Ey, geht's erst noch? Ja, sorry. Ja, aber am Donnerstag ist auch wieder ne Runde ETS angesagt. Heute... Ich werd... Heute, äh... Morgen, wenn ich... Wenn ich Zeit hab, äh... Mit dem ganzen Fliegen fertig bin, werd ich mich dann an die Arbeit machen, den Scania umzubauen. Vom Skin her. Dann schauen wir mal. Ja gut. Also... So, morgen hab ich kein Internet. Telekom Punkt. Mhm. Was steht denn sonst noch bei dir in die Woche an, Justin? Ich mach besser nicht. Hm. Krampf. Krampf ist halt die. Diese Woche ist Krampf. Okay. Ah, ist ja nicht schlecht an. Kannst du mal wieder ein paar Bilder bei uns in die um die zwei Gruppe da rein schicken, ja? Bei mir auf den Discord. Ich muss nämlich noch von letzter Woche noch die... 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 Die LS-Bilder noch, äh... Äh... Reinsetzen und was Kleines dazu schreiben. Könnte ich. Mal schauen, wenn das... Ja, privat. Ja, super. Der Drucker gibt die ganze Zeit nicht mit. Ich hab auch gar kein Partner aktiv. So, das klippen wir jetzt mal. Ach, ne. Ach, ne. Mit Beinapplaus. Ach, ne. Ach, komm. Ach, du Musch... Ja, was? Eine Scheiße. Also... Also, ich finde... Angeben finde ich jetzt nicht. Ich finde einfach... Hey, eine kleine Story dazu. Schreiben. Fertig. Kurzgesicht... Kurzgeschichten, ja. Deswegen... So finde ich das einfach toll. Was ist... Alter. Ich denke mir die ganze Zeit, warum... Sagt... Sagt der nichts an? Hm. Deswegen sage ich das. So kleine Kurzgeschichten, das sind immer am schönsten. Seien du hast so wie... So jemand wie Justin hier, der... Bam. Runter. Was ist los mit dir? Bam. Digga, warst du schon wieder mit mir? Oh no, ich habe nichts gesagt. Ich bin schön brav. Und los. Na ja, nein. Was macht denn eigentlich dein FA? Meins? Ja. Noch nicht. Zockst du weiter? Ja, das ist schon zwischendurch, ne? Also... Mittlerweile hat keiner meinen Bock gegen mich online zu spät. Hm. Mein Steam-Track nutze ich mittlerweile nur noch für um sie zwei. Ja, das stimmt. AC Gaming hat letztens auch was für ETS 2 vorgestellt. Aber wie gesagt, das habe ich alles da so... Motor, Start, Blinker... Ich habe heute Nacht noch irgendwann IRFC gespielt. Mhm. Ich glaube so fünf, sechs Runden hatte ich noch. Von fünf Runden haben locker vier Leute aufgegeben. Noll. Was ist schon nach 22 Minuten, sechs Minuten zu klar. Ja, wie grad ist immer noch eine schöne... Ach ja, ich finde trotzdem das Spiel ist geil. Also... Lass mich doch raus und fahr nicht mit deinem Audi da vorbei, Junge. Ich bin sowieso stärker. Hm. Weil ich weiß... Also mir... Mir war halt nur wichtig, dass wir heute noch ein bisschen um sie zwei fahren, weil... Wie gesagt... Netto für den Betrieb, aber auch Städte-Dreieck. Sei ruhig da hinten, siehst du auch gattig raus. Da freue ich mich gleich noch, wenn wir ein bisschen was für Starbuck fahren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer Starbuck sag. Was ist Starbuck sag? Oh God. Boah, holt hab ich den Lauf. Ehrlich, holt hab ich den Lauf. Einen Lauf? Naja. Na immerhin, ne? Er hat einen Lauf. So, die sind alle drüber. Ja, komm Opa. Gib mal ein bisschen Gas. Was? Das passt ja. Das passt ja. Doch. Ja, er macht richtig BAM. Hahaha. Ach Gott, echt so viel Verfreuung. Lass du mich veräppeln. Tobi, moin mein Lieber. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Ich hab gesehen, du hast uns verlassen. Hahaha. Ja, kann ich aber auch verstehen, wie nix los ist, ne? Deswegen haben wir gesagt, machen wir euch noch mal eine fette Um-sie-zwei-Tour. Später noch für Städte-Dreieck fahren. Gucken wir mal. Aber ich hoffe, auch du hast einen schönen Start in den Montag, mein Lieber. Ja, das stimmt. Ich weiß, ich kenn's ja. Ich hab's ja auch immer im Hinterkopf, ne? Wegen Multiplayer. Aber dann war halt wieder LS wieder im Vordergrund. Und das, dies und dies und jenes, ne? Also wie gesagt, deswegen frage ich ab und zu mal Justin oder einfach mal so in die Gruppe rein, wer Lust hat, ne? zu fahren. Du kennst ja. Aber, ähm, Justin, Leitstelle Dezember machen wir noch, oder? Ja, du nimmst dich locker einen Tag. Also... Ja, dann... Ich würd einfach... Also, mir wär's lieber am dritten Advent. Jo! Heute an einem Freitag oder Samstag, eins mit beiden. Dann sind wir schon. Weil, ähm, am 30. November ist dann bei uns noch ein ETS-2-Konvoi. Das ist ein Donnerstag, 18.30 Uhr geht's los. Da fahren wir bei uns auf dem Server wieder. Mal schauen wir mal. Mal schauen wir mal. Mal schauen wir mal. Sport da, bis dahin auch den Skin, also wie gesagt, die Woche wird auf jeden Fall fertig. Ich muss doch gucken, dass ich auch alle Templates dafür habe. Ansonsten habe ich nämlich ein Problem. Weil für Kekse bin ich ja auch noch ein Skin am Arbeiten, aber ich kriege den irgendwie nicht so hin, wie ich will. So, das schauen wir mal. Also ich hoffe, dass ich nämlich auch auf Stelle Dreieck heute mal noch ein paar andere Touren fahren kann. Nicht nur mehr dieselben, weil ich habe immer so das Gefühl, ich fahre teilweise, also die letzte Folge, die letzten Folge oder die letzten drei, da bin ich wirklich eine andere Linie gefahren. Aber alles andere hängt wirklich von der Wurzelt ab. Und, ähm, wir wollen Ach, Nettbad Tükelsdorf, wie heißt die andere Karte? Thüringen, komm schon. Wohnkirchen. Ja. Die wollen wir auch nochmal fahren. Allerdings mache ich das mit dem, mit einem anderen Bus. Ja, Kollege, moin. Folge jetzt auf der SB24. Die habe ich auch noch ausgesucht. Ja, ja, weil wie gesagt, Stadt ist ein bisschen Abwechslung. Also Wuppertal, ja, klar. Ich weiß gar nicht, habe ich Wuppertal als DLC. Ja, klar.